Ich denke mal, die meisten Leute, die aktuell den Moneymaker-Modus auf dem gommand.net server spielen, sollten wissen, dass es hier ein Secret gibt bei der Bank. Und viele haben sich gefragt, wie der Code hier heißt und was dann passiert. Und ich kann euch den Code jetzt mal zeigen. Erstmal müssen wir kurz hier hinlaufen. Und für die Leute, die es noch nicht wissen, duckt euch, guckt hier diesen Blog an und macht Rechtsklick. Dann öffnet sich hier dieses Fenster, wo man einen Code eingeben kann. Und der Code lautet 15-2-2004. Scheint wohl ein Datum zu sein und das ist das Einzige, was passiert. In den Chat werden 5 Herzen gepostet und das war's. Und mehr passiert nicht. Also dafür haben jetzt Leute so lange gesucht. Sehr, sehr krasses Secret. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Das war's eigentlich auch schon. Auf jeden Fall war das jetzt hier der Code für das Secret. Es sollte wohl angeblich das Geburtsdatum von jemandem aus dem Server-Team sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der 15.2-2004 der Code für das Secret.